Verknüpfte Analysen in SAP Analytics Cloud ist eine sehr coole Technik, mit der du Daten aus verschiedenen Quellen zusammenmixen kannst, um tiefere Einblicke zu bekommen. Dieses Video wird dir zeigen, wie das geht. Daten reinhauen, sie miteinander verknüpfen und dann schicke Visualisierungen basteln. Damit kannst du Zusammenhänge aufdecken und klügere Entscheidungen treffen. Also viel Spaß mit diesem Video. Ich bin jetzt nun in der SAP Analytics Cloud und werde einen bestehenden Bericht, in der das bereits vorbereitet ist, öffnen. Und zwar unser Sample Revenue Analysis. Und wir wechseln nun von der Anzeige in den Bearbeitungsmodus. Als nächstes wechseln wir in ein neues Arbeitsblatt. Und zwar der Sales Manager Overview. Und nun kann ich eine verknüpfte Analyse anhand dieser Daten durchführen. Wir sehen hier die Top 5 Sales Manager und die Bottom 5 Sales Manager. Aktuell ist es so konfiguriert, wenn ich nun einen auswähle, dann sehe ich genau diesen Balken. Diesen kann ich auch dann filtern und ich kann die Filterung auch wieder herausnehmen. Nun ist es so, dass mit der verknüpften Analyse die Möglichkeit besteht, einen Wert zu filtern und beispielsweise auch entsprechend den David Karl auch hier in der Net Revenue, also in dieser Tabelle ebenfalls zu filtern. Das ist eine verknüpfte Analyse und wir können das folgendermaßen durchführen. Und zwar, zunächst bitte noch den Hinweis berücksichtigen, wähle sorgfältig aus, welche Daten miteinander verknüpft werden sollen. Überlege dir, welche Beziehungen relevant sind und wie sie sich auf deine Analysen auswirken können, da ansonsten auch sehr schnell Verwirrung entstehen kann. Wie gesagt, ich selektiere nun dieses Visual und klicke auf diese drei Punkte hier oben und wähle dann im Bereich verknüpfte Analysen diesen Punkt aus und habe nun weitere vier Auswahlmöglichkeiten. Und zwar kann ich angeben, ob bei Filterungen nur dieses Widget, diese Visualisierung sich ändert oder gültig ist. Das ist aktuell der Fall. Ich kann aber auch die Option anwenden, dass alle Widgets in der Story bei Filterung von diesem Widget auch gefiltert werden. Ich kann aber ebenfalls das einschränken, dass ich nur jene Widgets auf der Seite die Filterung übernehme und zu guter Letzt auch nur ausgewählte Widgets. In unserem Fall möchte ich alle Widgets in der Story. Wie gesagt, hier gibt es dann mehrere Möglichkeiten bei den ausgewählten, zum Beispiel hier neu angelegte Widgets automatisch verbinden. Oder ausgewählte Datenpunkte filtern. Und hier kann man dann selektiv dann vorgehen, welche Grafik oder Diagramm gefiltert werden soll. Sehen wir uns das mal für eine gesamte Seite an. Alle Widgets auf der Seite. Und zwar ausgewählte Datenpunkte filtern. Ich klicke auf Anwenden. Und kann im Bearbeitungsmodus diese Funktion testen. Jetzt wählen wir, wie vorhin, den David Karl aus und sehen uns an, was dann passiert. Wir sehen auch hier die Bottom 5 Sales Manager Grafik aktualisiert sich. Da ja dieser auch irgendwann vorkommt, beziehungsweise wie eben hier vorhin erwähnt. Man muss sehr bedacht vorgehen, da möglicherweise diese Auswertung dann keinen Sinn macht. Da ja diese Bottom 5 Sales Manager auch eingeschränkt werden auf David Karl. Und schließlich nur dieser übrig bleibt, was aber widersprüchlich mit der Grafik hier um ist. Hingegen macht die Filterung in der Tabelle sehr wohl Sinn, da ich hier nun schön eine Auswertung von David Karl und seine Umsätze in den einzelnen Quartalen mir ansehen kann. Das bedeutet, wir sollten unsere Filterung, unsere verknüpfte Analyse etwas einschränken. Dazu gehen wir wiederum in die verknüpfte Analyse und wählen anstatt alle Widgets auf der Seite nur ausgewählte Widgets. Jetzt können wir noch die Option Neu angelegte Widgets automatisch verbinden herausnehmen. Und wir selektieren nun nur Sales Manager Overview, die Kreuztabelle. Die Bottom 5 nehmen wir heraus und klicke auf Anwenden. Nun kann ich wiederum einen Test durchführen und zwar zum Beispiel den John Minka und sehe, dass sich nur entsprechend die Tabelle auf diese Filterung sich bezieht und somit keine Verwirrungen mit der Grafik darunter entstehen kann. Wie gesagt, nutze interaktive Visualisierungen, um die verknüpften Daten auf anschauliche Weise darzustellen. Interaktive Dashboards und Diagramme ermöglichen es dir ja, Zusammenhänge zu erkennen und Erkenntnisse zu kommunizieren. Wie gesagt, falls du Fragen oder Ideen zu dieser verknüpften Analyse hast, gerne einen Kommentar schreiben. Es gibt, wie gesagt, das war ein einfaches Beispiel, es gibt noch viele weitere Nuancen und auch vorgeschrittene Techniken dazu. Falls du dazu Interesse hast, schreib mir bitte ebenfalls einen Kommentar und ich werde versuchen, dann entsprechend ein Video dazu erstellen. Und darüber hinaus würde es mich auch interessieren, in welchen Berichten oder Anwendungsfällen auch du verknüpfte Analysen einsetzen möchtest und wo du sie bereits schon eingesetzt hast und auch wie zufrieden oder wie sind deine Erfahrungswerte zu dieser Technik. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin wünsche ich auch ein buckets zestocken. Bis dahin wünsche ich dir alles Gutes! Vielen Dank.